Achtes Kapitel. Wie geschieht diese Reinigung? Der erste Beweggrund für diese zweite Reinigung ist die lebendige und starke Überzeugung, dass die Sünde ein großes Übel ist und eine tiefe, aufrichtige Reue als Folge dieser Erkenntnis. Ist diese Reue echt, so reinigt sie uns in Verbindung mit der Kraft des Sakramentes von der Sünde, selbst wenn sie nicht sehr tief wäre. Ist sie aber stark und lebendig, dann befreit sie uns außerdem von jeder Anhänglichkeit an die Sünde. Ein schwacher Hass, eine bloße Abneigung bewirkt, dass man den Gegenstand des Hasses nicht leiden kann und seine Gesellschaft meidet. Ein leidenschaftlicher, tödlicher Hass dagegen lässt uns nicht nur jenen meiden und verabscheuen, den man hasst. Vielmehr fliehen wir auch den Verkehr mit seinen Verwandten und Freunden, Ja, wir verabscheuen sogar sein Bild und alles, was mit ihm zu tun hat. Wer die Sünde mit einer zwar echten, aber schwachen Reue hasst, ist wohl entschlossen, nicht mehr zu sündigen. Hast er sie aber mit einer starken, tiefen Reue, dann verabscheut er nicht nur die Sünde selbst, sondern auch jede Anhänglichkeit an sie und alles, was mit ihr zusammenhängt und zu ihr führt. Die Reue muss uns daher so tief und so stark erfassen, dass sie sich auch auf das Geringste erstreckt, was mit der Sünde zusammenhängt. So verlor Magdalena so völlig den Geschmack an der Sünde und ihren Freuden, dass sie nie mehr daran dachte. David beteuert, dass er nicht nur die Sünde hasste, sondern alle ihre Spuren und Pfade. Darin besteht die Erneuerung der Seele, die dieser Prophet mit der Wiedergeburt des Adlers vergleicht. Um diese Reue zu erwecken, musst du dich aufmerksam in den folgenden Betrachtungen üben. Sie werden dann mit der Gnade Gottes die Sünde und die wichtigsten Anhänglichkeiten an sie in deinem Herzen entwurzeln. Zu diesem Zweck habe ich sie zusammengestellt. Halte die Betrachtungen nacheinander in der Reihenfolge, wie ich sie angegeben habe. Nimm dir täglich nur eine vor, womöglich am Morgen. Das ist die beste Zeit für die Tätigkeit des Geistes. Tagsüber denke sie immer wieder durch. Weißt du noch nicht, wie man betrachtet, so lies vorher, was darüber im zweiten Teil steht.